Hey und willkommen zurück zum Arbeitsblatt der Polynom-Division. In den beiden vorigen Videos hast du schon Polynom-Divisionen ohne Rest durchgeführt. Ebenso hast du davor Divisionen durch zweistellige Zahlen ohne Rest gemacht. In diesem Video ist es unser Ziel, dass du eine Zahl durch eine zweistellige Zahl mit Rest dividierst. Dies ist dann auch die Grundlage für die Polynom-Division mit Rest. Wir werden das wieder anhand eines praktischen Beispiels machen. Stell dir vor, du möchtest 555€ fair auf 12 Personen aufteilen. Nimm dir doch einen Zettel zur Hand und probiere diese Division nun selbst. Pausiere dafür kurz das Video. Gut, ich hoffe du hast ein Ergebnis bekommen. Wir werden diese Division nun aber so machen, wie wir es als Grundlage für die Polynom-Division benötigen. Wir überlegen uns nun im ersten Schritt, wie viel Geld kann ich eigentlich mal so jeder Person geben. Wenn wir nämlich betrachten 55 und 12. Wie oft geht 12 und 55? Naja, 4 mal. Aber wir werden ja nicht jeder Person 4 Euro geben. Wir werden jeder Person einmal gleich 40 Euro geben. Denn 40 mal 12 ergibt 480 Euro. Diese 480 Euro kann ich von den 555 abziehen. Und ich bekomme als Rest 75 Euro. Also ich kann jeden 4 Stück 10 Euro Scheine geben. Wenn du dich zurückerinnerst an die Polynom-Division ohne Rest, haben wir diesen Algorithmus dementsprechend auch aufgebaut. Okay, wie oft geht nun 12 in 75? Ja, da muss man schon ein bisschen mathematisch Kopf rechnen können. Ich sage es dir gleich. Es geht 6 mal. Wenn ich nun nämlich jeden weitere 6 Euro gebe, also die 6 mal 12 multipliziere, erhalte ich 72 Euro, die ich einfach abziehe. Und ich bekomme 3 Rest. Also jede Person bekommt mal 40 Euro, also 4 mal 10 Euro und weitere 6 Euro. Also 6 Euro Stücke oder einen 5 Euro Schein plus einen weiteren. Aber was ist nun mit diesen 3 Euro Rest, die ich auf 12 Personen aufteile? Hier gleich ein Vorblick. Bei der Polynom-Division mit Rest schreibt man dann einfach hinten plus den Rest über einen Bruchstrich. Dividiert durch das Polynom, durch das wir dividieren. 12. Bei der Polynom-Division mit Rest wären wir hier fertig. Jedoch wir tun hier noch numerisch dividieren. 3 Zwölftel könnten wir kürzen auf 1 Viertel und das wäre ja in Dezimalschreibweise 0,25. Also bekommt jeder 46,25 Euro. In den nächsten beiden Videos werden wir nun die Polynom-Division mit Rest durchführen. Hier zum Schluss noch einmal eine Zusammenfassung. Du möchtest 555 Euro fair auf 12 Personen aufteilen. Im ersten Schritt gibst du jeder Person 40 Euro. 40 mal 12 ergibt 480 Euro, die du abziehst. Es bleiben dir 75 Euro Rest. Die 12 gehen in diesen 75 6 mal. 6 mal 12 ergibt 72. Wir haben 3 Rest. Diese 3 Rest werden am Schluss hinten als 3 durch 12 geschrieben. 3 durch 12 ergibt 0,25 und in einer Dezimalschreibweise bekommt jeder 46,25 Euro. Wie gesagt, bei einer Polynom-Division hätten wir es hier schon beendet. 3 durchführen. 3 durchführen. 4 durchführen. 4 durchführen.